Weltmeister Thomas Hessler zieht offenbar ins Dschungelcamp, das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll Hessler bei der kommenden Staffel in der australischen Wildnis dabei sein und dafür eine sechsstellige Gage kassieren. Zuletzt stand der 50-Jährige bei der RTL-Show Let's Dance auf der Fernsehbühne. Hessler wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Welt- und sechs Jahre später Europameister und kam auf 101 Länderspiele. Aktuell trainiert der ehemalige Nationalspieler in der Bezirksliga den Club Italia in Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017